Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Extended 3 im Kampf gegen die Mozilla und ich glaube es geht nicht vorab hier aber es geht voran Freunde es geht schon voran hier und jo und ich lange lange heute nicht mit mir weg geht es oder ja da war jawoll er fliegt ja die Mozilla das ist auch ein Schwert nur oder ein bisschen sterben loswerden weil wir haben die überwiesen wir brauchen das bonnet sind und stellen untersagt Aber... Guckt euch das an! Wow! Das ist mein Apfelkauf! Oh! Hallo, 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 hallo! Komm her! Ähm... Nein! Ich will nur die Apfelkaufs in den Töten jetzt hier! 4 Gold Apfelkaufs Praktisch, ne? Und schon noch mehr 22 Nicht schlecht Ich glaube ich brauche das nächste auf Bord Ich kann nur noch ein bisschen... Wenn der sich nicht hochheilt Ja... Dass sie sich nicht hochheilt Ich weiß nicht Wer oder sie ist Ich auch noch schon mal die mal getet werden könnte Mein Gott! Wo soll denn die getet werden? Jetzt aber Jetzt aber Ach... Probier von unten hier schon wieder von unten Immer von unten Das läuft! Juhu! Läu! Also von unten wie das hier wie immer Jetzt ist das Obo-Revo Egal! Ich suche einfach hier! Kommen! Ich hab' ein bisschen mit Ersatzhabern vor Ort Als die Montage mehr fehlt Und das zerstört, ne? Ach... Ich muss mich immer nach unten... Also nach oben fliegen lassen Von unten... Also nach oben... Nice! Was ist das denn da? Was ist das denn da? Läu! Natürlich ist er wohl nicht so geil Eigentlich tut nur dazu da, dass er Die Montage sich einfach nicht für hoch halten Ich muss auch sagen, dass er schon mal die vierte Folge ist nun aufgenommen Ja, auch nicht schlecht, ne? Und ich glaube nächste Woche geht das auch durch das Spiel Ja 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 Ich denke morgen in der Folge dann... Fangen wir mit dem King an Wahrscheinlich Vielleicht auch nur zwei Folgen oder so Dann Mutterdienstag, ne? Dann der Queen Mit dem Krollen getötet, glaub ich Mit dem Krollen getötet, glaub ich Wahrscheinlich auch nur zwei Folgen dauern Also bis Donnerstag halt, ne? Und dann halt noch ein paar Tests, so also mit dem Ender Dragon Und... Mit dem Musa Boss Das wird dann wahrscheinlich in der Freitagsfolge dann ungefähr sein Mit dem meiner Stream Und dann geht das... Projekt dann wahrscheinlich dann am Freitag zu Ende Also am... 14. Ne? Immer... Also höchstwahrscheinlich, wenn das hier jetzt alles so klappt Jetzt bräck mich nicht bis Freitag dann... Oder bis Samstag mal schauen Der mit dem Musa Boss und so durchkomme Na? So... Wie lange ist die Folge jetzt schon? 5 Minuten... Ah... Ich wüsste euch glaub ich gleich schon Den Creative Mode wechseln Das mach ich jetzt auch Aber ich möchte natürlich noch die ganzen Loot und so einsammeln Ja... 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 Das war doch irgendwie so... Dann hängen wir das gleich... Ich bin bereit Oh... Oh... Oh nein... Schade... Ja... 3-20 Leben Ich bin... Creeper ist das... Helei... Ganze Loot... Mal fotografieren... Oh... Nice... Cool... Oh... Wie viel Fleisch ey... Seid ihr mit Schauwinden und so... Oh... 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 Na ja... Das ist schon krass Ey... Das ist fast eigentlich alles... Für nen Scheiß Drop... So... Knoppen und so... Diamant Block... Ja... Ja... Das war der erste Boss... Hunde... Aber... Ich glaube... Zähler ist... Down... War ich damit... Down... Ja... Down sagen... Und dann... Down... Dann hab ich... Down... Dann hab ich... Äh... Äh... Entwickelt... Da hab ich... 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 Und ja... Sehr schön... an die war mutig mutig waren sie ja die Skelette naja dann einfach nochmal die Rüstung na heute natürlich dazu natürlich auch mal dass man gecraftet wird ja kurz mal anziehen oder so heute ist noch einen anderen Bogen so ne wieso oder so Moment halt im Ökbau was ist denn hier Rüstung Schwarz hast du mit Eisen ok einfach nochmal so einen Ersatzbogen ne so dann ziehe ich noch mal die Rüstung nochmal an so und so so und so und so und so so und so und so und jetzt kommt sie so aus yay gut sehr schön dann dann aber schön direkt hier also wieder 1 hier kommen wir zurück und ach das war so blöd oh ich bin so ein Genie krimi krimi sammeln dann uns der beland oder so ja nebel warum so so da schön besser gewählt und die folge so ich gefallen hat dann das und hier wo bin ich hier und vergessen und schuss los